Lukas Audum, wir machen es gut, mit welcher Erwartung seid ihr heute gekommen? Ja, nach letzter Partie wollten wir auf jeden Fall mit einem Sieg heimfahren, dem war nicht so, aber ich glaube wir können eigentlich zufrieden sein. Ich glaube, wenn wir das Spiel im Nachhinein anschauen, können wir wahrscheinlich mehr zufrieden sein, als wir jetzt denken. Und ja, wir haben das Häuschen bombardiert, der Madeleine war unglaublich, hat eine super Partie gespielt, deswegen Hut ab, ja, hat er sich verdient, aber ich glaube, wir hätten sich mehr verdient eigentlich und haben uns bemüht, haben auch genug Verkehr vom Tag gehabt zum Teil, aber ja, hat nicht gereicht. Alles Gute fürs Nächste. Danke dir.